hallo leute und herzlich willkommen zu minecraft ich habe ja noch so ein bisschen eisen jetzt geschmolzen am schluss dachte ich ja das macht noch einen sinn weil wir wollen ja jetzt auch wieder ein schwert craften das sieht ja irgendwie komisch aus naja egal glaube ich das eigentlich wieder jetzt ist die frage wollen wir noch mal nach dort hinten oder wollen wir wieder hoch oder war ja eigentlich noch eine höhe also eigentlich würde ich noch mal gerne dorthin gehen da auch nur noch vier fackeln ja wohl hat es doch bestimmt auch hier gehen wir mal nach hinten und jetzt etwas dauern ja hier hat sie auch schon großes passt ja ich bin jetzt mal ein bisschen was mit muss ja nicht viel sein aber so ein bisschen damit wir fackeln machen könnten ich wusste gar nicht es war ja so dass unser schwer kaputt war wir waren ja hier im kämpfen das war natürlich ein bisschen problematisch ich bin jetzt einfach in die lava ich habe ein bisschen angst wenn ich das jetzt hier weg ich habe ein bisschen angst wenn ich das jetzt hier weg ähm genau hier ging es auch noch weiter hier oben ist auch noch lesen ok klar oh gott ja und der schild ist ja auch fast kaputt ja sorry ich bin auch wieder bester fighter pvp bin ich halt echt scheiße ich bin jetzt auch noch nie die lade machen wir uns kurz fackeln mensch so dann nehmen wir das eisen ja auch noch mit eisen kann man wie gesagt nie genug haben ich bin jetzt auch hier ist schon wieder so eine miene alles klar ich lasse kopfwerp ja so sehr kann man gar nicht mehr in worte fassen das passt man sieht irgendwie auch nix warte mal was habe ich denn da braucht die israel kann es sein dass es einfach irgendwie gar keinen unterschied gemacht hat naja das war eigentlich umgehen jetzt wieder in das minensystem weil wir dort uns wieder im frieden verlaufen kann man ja hier sieht auch noch was hier oben sind auch noch ärzte gewesen was ist hier noch das ist toll ähm jetzt wieder was hier ist ein schluck auch toll oh lol ich bin verfreit also gewinnt ich glaube das weil das hat doch zuerst geschlossen das hält immer noch drei pflege aus kann ich das diese hülle waren wir schon nee hä ich schick's nicht ja ist ja egal ähm wir nehmen hier auch noch mal kurz das eisen mit danach gehen wir dann hier in diese schlucht oh alter ich dachte unten ist labo es war nix krasses das ist nur wieder dieser gang das ist nur wieder dieser gang hier hatten wir auch noch reize ich meine immerhin bekommen wir dann immer noch so ein bisschen level immerhin da ist hier auch noch mal weg da ist hier auch noch mal weg da ist hier auch nochmal weg das ist ja wie eine hitbox oh nein nein minekern okay sie glaube ich auch wieder ob wir uns so oh nice boot können wir auch brauchen fackel sowieso und beete wäre auch gar nicht nicht auch in am schütteln Hier geht es wieder ein bisschen um. Oh Leute, mein Glühbauer muss los. So, das war es auch schon wieder mit dieser Mine. Ja, ne, okay. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Schlucht. Schauen wir mal. Ne, warte, hier geht es um. Da geht es zur Schlucht, oder? Ne, muss das ja gar so laufen. Ach man, ist das verwirklich, aber auch. Oh. Oh, shit. Ey. Oh, solche Momente hasse ich einfach. Alter. Das sind so typisch für Minecraft-Toten. Einfach die belastendsten Disken. Ach, Loll. Ich vermute denn. Und das tut's, ne? Warte mal, wir müssen jetzt hier kurz ein bisschen was reparieren. Jetzt können wir hier das Eisen auch noch mitnehmen. Ne, der Creeper vorhin. Ich dachte schon, scheiße, jetzt ist es auch so. Man sieht auch nix. Das ist nicht so. Wieso ist hier so ein Koppel, äh. Doch, Koppelstone Spur. Spur. Gott, hier. Jo, moin, Alter. Ich bin gleich gut. Nein. Das gibt's doch nicht. Als ob. Ach, Mann. Was soll das? Ich brauche immer wieder ein Schild. Sonst geht das nicht mehr weiter. Wieso denn auch? Mein Gott. Wo kommen plötzlich drei Skelette einfach aus dem Nix kommen, die wieder aus dem Himmel gefallen oder was? Och, Mann. Oh, Mann. Können wir nicht einfach wieder auf friedlich spielen? Weil ich wollte noch zubauen, aber es hat irgendwie nix geplaced. Mensch. Jetzt weiß ich dann wieder nicht mehr was durchgehen, ne? Wir haben noch fünf. Ach, komm. Wegen einem Scheißholz reicht das jetzt nicht. Das ist doch ein Verarsch, ey. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Und die spawnen nämlich die items, weil wir sind weit weg. Weil so schnell die spawnen sie, glaube ich, auch nicht. Und ich vergesse auch immer zu essen, ey. Das ist so dumm. Naja. Ach, Mann. Lassend. Wenn du halt so stirbst, dann bei dem MCDP-Projekt. Das ist halt peinlich. Das ist halt sehr peinlich. Aber das wird mir nicht passieren. Auf meinem Teampartner. Also ich freue mich auf dieses Projekt. Ich weiß nur nicht... Mann, jetzt ist da auch noch so ein... Das ist ein Mini-Zombie. Oh. Zum Glück. Ich dachte, wir sind driller... Alter, wie... Alter, das denn die Items geding sind. Oh Gott. Wo kommen denn die jetzt überall zum Visum-Zombie? Oh, ey. Weiß nicht, Mann. Das ist doch wirklich schade, dass er wieder gemacht hat. Machen wir jetzt da noch eine. Ich muss kurz hier aufs Leben klarkommen. Ich muss hier noch das Brot hinmachen. Der Wassereimer hier. Ja, passt. Geh weg. So, mir fehlen noch genau die Hosen. So. Ich glaube, jetzt haben wir wieder alles. So. Machen wir den auch mal noch kurz zu. Und halt auch alle einfach runter oben. Einfach herabgefallen und töten dich da nicht. Schwierig. Es ist ja schwierig. Dieses Spiel, Mann. Oh Gott, okay. Dann haben wir hier wieder mal ein bisschen Lava. Ja. Bäh. Da liegt noch was. Alles klar. Also, wie viel Wasser und Lava fällt, das ist ja auch nicht. Auch nicht normal. Und dann will ich wieder Zombies. Ey, kann ich sein, dass wir irgendwie... Junge. Kann ich sein, dass wir irgendwie auf Speerspielen? Ich seh halt nix, ey. Oh, nun. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Auch bloß ab. Auf zu. Jetzt kommt der auch noch. Ich muss da hinten schon wieder ein bisschen gehen. Ey, das gibt's doch nicht. Da hinten ist auch noch ein Creeper. Kann nicht sein. Wenn wir so übertrieben haben, schwer spielen. Ähm. Was? Er hängt mich einfach durch die Wand, Junge. Was ist das für einer? Oh nein. Ja, genau. Komm. Irgendwie so geht ein Rebell-Rauter-Pub. So, endlich. Ja, nee, das gibt's doch nicht. Wie klassisch ist das denn hier? Wo ist jetzt der Creeper? So, scheinbar nicht hier. Wir haben immer nur noch Holz. Oh, zum Glück ist er gestorben, ey. Zum Glück. Oh, den Bogen würde ich gerne mitnehmen. Ähm. Ach, so, da brauchen wir nicht. Und hier ist auch wieder mal Wasser, oder? Der macht das gut an die Wand. Alter. Ist das denn hier für eine Höhle? Da ist schon wieder ein Zombie. Alles klar. So, wir spielen nicht auch schwer. Wir spielen auch Radkochen. Nee, kann nicht sein. Aber. Einfach aus dem Prinzip. Wir spielen auch normal sogar. Und schon wieder ein Zombie. Und man muss los. Wir müssen auch noch Mienen zurück. Wir können von dort Holz holen. Wir haben ein neues Schild. Sollten wir vielleicht mal machen. Jetzt retten wir hier wieder ständig. Okay. Dann. holen wir uns hier kurz ein. Und dann holen wir. Oh, Leute. Zumindest Platz für Eisen. Ja, das brauche ich nicht. Ähm. Gut. Äh, Leute. Was mit Minecraft? Ach, Mann. Es war wieder übelstrieben chaotic. Äh, ja. Genau. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.